Die britische Zonemeisterschaft war ein Fußballwettbewerb, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der britischen Besatzungszone zweimal ausgetragen wurde. Entsprechend der politischen Aufteilung des früheren Deutschen Reichs fanden zu dieser Zeit Fußballmeisterschaften getrennt nach den vier Besatzungszonen statt. In der Saison 1945-46 still jedoch nur in der amerikanischen und der französischen Zone. In der britischen Zone waren dagegen unter Aufsicht des Zonensportrates ab dem Frühjahr 1946 Meisterschaftsspiele zunächst nur auf begrenzter, regionaler Ebene zugelassen. Die gemeinsame Direktive 23 des Alliierten Kontrollrats vom 17. Dezember 1945 verlangte ausdrücklich eine Kreisgebundenheit von Sportorganisationen örtlichen Charakters. Tatsächlich wurde das relativ großzügig ausgelegt, sodass in Hamburg eine landesweite Meisterschaft im Ligasystem stattfinden und im südlichen Teil Niedersachsens eine Oberliga gebildet werden konnte. Eine erste norddeutsche Meisterschaft musste jedoch auf Geheiß der Militärregierung abgebrochen werden. Erst in der Saison 1946-47 still wurde auch in der britischen Zone erstmals eine zonenweite Fußballmeisterschaft ausgespielt, auch Nordwestzonenmeisterschaft genannt. Bereits zur Spielzeit 1947-48 still lösten die Oberliegen Nord- und West die Landes-, Bezirks- oder Kreisliegen als oberste Spielklasse in der britischen Besatzungszone ab. Im Anschluss daran diente die nunmehr letztmals ausgetragene Endrunde um die Zonenmeisterschaft als Qualifikationswettbewerb zur deutschen Meisterschaft, die erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder stattfinden konnte. 1945-46 still Im ersten Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg waren, mit den oben genannten Ausnahmen in Hamburg und dem südlichen Niedersachsen, liegen auf Bezirks- oder Kreisebene die höchsten Fußballspielklassen in der britischen Besatzungszone. Im Gegensatz zur amerikanischen und französischen Zone, in denen als höchste Spielklasse schon im November 1945 die Oberliga Süd- bzw. im Januar 1946 die Oberliga Saarpfals Hessen gegründet wurden, ließ die britische Militärregierung reguläre Fußballwettbewerbe nur in diesem Rahmen zu. Wobei neun solche Meisterschaften in Norddeutschland und sechs in Westdeutschland stattfanden, zum Teil unter Namen wie Stadtliga Hamburg, Stadtmeisterschaft Osnabrück oder Meisterschaft des Kreissportverbandes Lübeck. Die Bezirksmeisterschaft Linker Niederrhein wurde gar nicht erst als Liga, sondern im Pokalwettbewerbsmodus ausgetragen. In den Bezirken Niederrhein und Mittelrhein waren den Bezirksmeisterschaftsliegen lokale Vorausscheidungen vorgeschaltet, für die oftmals Namen wie Erste Klasse oder A-Klasse verwendet wurden. Lediglich die Bezirksmeister vom Niederrhein konnten anschließend in einer Endrunde einen Landesmeister ermitteln. Hingegen wurde die Endrunde um die norddeutsche Meisterschaft auf Weisung der britischen Militärregierung nach dem Viertelfinale abgebrochen. Dementsprechend fand auch eine Endrunde um die britische Zonenmeisterschaft nicht statt. Meister wurden in der Saison 1945-46. folgende Vereine in Norddeutschland. In Schleswig-Holstein konnte anfangs nur im Umkreis von Kiel und Lübeck sowie im nördlichen Lande steil um Punkte gespielt werden. Im Südwesten des Landes fand dagegen überhaupt noch kein regulärer Spielbetrieb statt. Etliche Vereine aus dem Hamburger Umland spielten, wie traditionell üblich, im Hamburger Verband, wo anfangs keiner von ihnen der obersten Klasse angehörte. In den Punkterrunden wurden, nachdem die Meister ermittelt waren, nicht mehr alle Spiele ausgetragen, um rechtzeitig mit der kurzfristig anberaumten Endrunde um die norddeutsche Meisterschaft beginnen zu können. Aber auch, weil die Militärregierung an einigen Orten die Fortsetzung untersagte. Bezirke gab es erst ab 1948 und für den Spielbetrieb zuständig waren bis dahin die Kreisverbände des Landessportbundes. Dennoch wurde der Begriff in der Presse zum Teil verwendet und das auch mit Recht insofern. Als einige im Frühjahr 1946 entstandene liegen die Kreisgrenzen bereits überschritten. Bezirk Nord. Weitere Teilnehmer waren U.A. Rot-Weiß, Niebel und Schleswig 06. Entscheidungsspiel am 29. Mai 1946. Die Entscheidung des damals zuständigen Kieler Verband für Leibesübungen aufgrund bisheriger beständiger Leistungen, den Vizemeister Holstein Kiel, statt des Meisters Eckernförder SV für die Teilnahme an der Endrunde um die norddeutsche Meisterschaft zu nominieren, sorgte für das Eingreifen der britischen Militärbehörden, nachdem eine von diesen erlassene Spielsperre missachtet wurde. Der Verband wurde aufgelöst, weder Holstein Kiel noch der Eckernförder SV bekamen die Erlaubnis zur Teilnahme. Meister. FVGG Kiel ja Kiel, genaue Daten liegen nicht vor. Weitere Teilnehmer waren, soweit bekannt, U.A. SC Friedrichsort 08, Rendsburger TSV und Borussia Garden. Nach der Auflösung des Kieler Verbands durch die britische Militärregierung wurde auch der FVGG Kiel ja Kiel die Teilnahme an der norddeutschen Meisterschaft verweigert. Die meisten der Teilnehmer des Bezirkes Lübeck kamen aus dem Lübecker Stadtgebiet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in Hamburg im Anschluss an eine Serie von Qualifikationsspielen die Stadtliga als höchste Spielklasse gegründet. Sie wurde 1947 aufgelöst und 1950 als Amateurliga neu gebildet, die seither weiter fortbesteht und heute der Oberliga Hamburg entspricht. In weiten Teilen des Landes fand überhaupt noch kein regulärer Spielbetrieb statt. Einzig im Süden des Landes gab es mit der sogenannten Oberliga Südniedersachsen. Die in ihrer Ausdehnung in etwa der ehemaligen 1942 eingeführten Gauliga Südhannover-Braunschweig entsprach eine größere Liga. Daneben, soweit bekannt, nur noch die Stadtmeisterschaften von Bremen und Osnabrück sowie die Kreismeisterschaft Lüneburg. Das Land Bremen gehörte anfangs zur amerikanischen Besatzungszone, nahm aber an den Wettbewerben der britischen Besatzungszone teil. Oberliga Niedersachsen-Süd in einer Relegationsrunde sicherte sich der VfB eine mit 3 zu 1 Punkten den Klassenerhalt vor Brunswick und Hildesheim. Es stiegen auf. TUSPO Holzminden, ATSV Nienburg und MTV Braunschweig Stadtmeisterschaft Bremen dem Bremer SV wurden vier Punkte aus ursprünglich gewonnenen Spielen aberkannt. Im Ost-Hannover-Schen fand eine Bezirksmeisterschaft statt, die die damaligen Kreise Lüneburg-Ulzen-Soltau umfasste. Wie schwer der Umgang mit den britischen Besatzungsbehörden war, zeigt sich an dem Versuch der norddeutschen Vereine, eine norddeutsche Meisterschaft auszutragen. Sie wurde von der britischen Militärregierung während des Viertelfinales angehalten, weil Meisterschaftsspiele nur auf Bezirks, vom Wortlaut her, Kreisebene zugelassen waren und musste daher abgebrochen werden. Die Kieler Vereine waren ohnehin gesperrt. Warum TUS hasste auf die Teilnahme verzichtet hatte, ist nicht bekannt. Qualifikation Schleswig-Holstein Vorrunde Viertelfinale Bezirksmeister wurden in der Saison 1945-46. folgende Vereine in Westdeutschland. Die Gründung der Landesliga Westfalen wurde im September 1945 zunächst unter der Bezeichnung 1. Division West als sportlicher Nachfolger der GAU-Liga Westfalen beschlossen. In der ersten Saison, die Februar 1946 begann und in den zwei geografisch getrennten Staffeln West und Ost ausgetragen wurde, nahmen die 18 Mannschaften am Spielbetrieb teil, die zwischen 1939 und 1944 in der GAU-Liga gespielt haben. Die Gruppensieger der ersten Saison waren der FC Schalke 04 und die SPV GG Ecken schwich. Zu einem Entspiel um die Westfalenmeisterschaft zwischen den beiden Gruppensiegern kam es jedoch nicht, da die britische Militärregierung das Spiel untersagte. Die Mittelrheinmeisterschaft wurde in einer Gruppe ausgetragen. Zumindest im Kreis Aachen und im Oberbergischen Kreis gab es zuvor Kreismeisterschaften als Qualifikationswettbewerb. Wie damals üblich gab es aufgrund der Punktegleichheit ein Entscheidungsspiel zwischen Düren und Treusdorf, das 2 zu 2 NV. Im Bereich des Niederrheins wurden vier Bezirksmeisterschaften ausgetragen. Teilweise gab es zuvor Qualifikationswettbewerbe wie beispielsweise die Stadtmeisterschaften von Duisburg und Düsseldorf. Bezirk Bergmarkt Bezirk Linker Niederrhein Im Gegensatz zu allen anderen Meisterschaften fand die Bezirksmeisterschaft Linker Niederrhein nicht als Liga, sondern im Pokalwettbewerbsmodus statt. Erste Runde Zweite Runde Im Anschluss an die Bezirksmeisterschaften im Niederrheingebiet fand eine Niederrheinmeisterschaft unter den Bezirksmeistern statt. Halbfinale Finale 1946-47 In der Saison 1946-47 fand in der britischen Besatzungszone erstmals wieder ein regulärer Ligabetrieb flächendeckend statt. Die besten Mannschaften der jeweiligen Bezirke wurden direkt in die Bezirksligen eingeteilt. Eine Qualifikation über vorgeschaltete Stadt- oder Kreismeisterschaften war somit nicht mehr notwendig. Im Anschluss an die Bezirksmeisterschaften ermitteln die Bezirksmeister insgesamt sechs Landesmeister der britischen Besatzungszone. Die Landesmeister und die jeweiligen Vizemeister nahmen weiterhin an der Endrunde um die britische Zonenmeisterschaft teil. Landesmeister wurden 1946-47 still. In Norddeutschland, VfB Lübeck, FC St. Pauli, Werder Bremen. In Westdeutschland, Borussia Dortmund, Rot-Weiß Oberhausen, VfH Köln 04 RRH. In Schleswig-Holstein fand 1946-47 still eine Landesmeisterschaft mit 20 Vereinen statt, die sich zuvor in den Bezirksmeisterschaftsliegen für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Die Landesmeisterschaft wurde zunächst in mehreren Runden im K.O.-System ausgetragen. Die letzten vier im Wettbewerb verbliebenen Teilnehmer haben dann in einer Gruppenrunde den Landesmeister ermittelt. Landesmeister wurde der VfB Lübeck. Des Weiteren qualifizierte sich auch Holstein Kiel zu dem Zeitpunkt auf Platz 2 für die Endrunde um die Meisterschaft der britischen Zone sowie anschließend, als die Wietzenmeisterschaft endgültig gewonnen war, für die neu geschaffene Oberliga Nord. In Hamburg wurde wie schon in der Vorseh so wieder die Stadtliga ausgetragen. Hamburger Landesmeister wurde der FC St. Pauli. In Niedersachsen wurde neben der bereits im Vorjahr ausgetragenen Südgruppe der Oberliga in der Saison 1946-47 still nun auch eine Nordgruppe ausgespielt. Die beiden Gruppensieger ermittelten anschließend den Meister Werder Bremen. Meister der Oberliga Niedersachsen-Süd wurde erneut der Vorjahressieger TSV Braunschweig. Nach Saisonende protestierte Hannover 96 erfolgreich gegen einzelne Spielwertungen und wurde daher statt der zunächst qualifizierten Mannschaft von Linden 07 nachträglich in die neue Oberliga Nord eingruppiert. Wegen Unklarheiten bei der Auf- und Abstiegsregelung spielten der SV Rot-Weiß Braunschweig und der Hannoverische SC 1983 ohne Wertung mit. Die Landesliga Westfalen wurde erneut in zwei geografischen getrennten Gruppen West und Ost ausgetragen. Anders als im Vorjahr wurde jedoch anschließend ein Finale der beiden Gruppensieger ausgespielt. Erster Westfalenmeister nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Borussia Dortmund durch einen 3-2-Sieg über den FC Schalke 04. Beide Finalteilnehmer waren zudem für die Endrunde um die britische Zonenmeisterschaft qualifiziert. Am Mittelrhein wurde die Bezirksmeisterschaft erstmals im regulären Liga-Betrieb ausgetragen. Meister wurde der VfR 1904 Köln. Am Niederrhein wurde die Bezirksliga in vier Gruppen ausgetragen. Die Gruppensieger ermittelten in einer Endrunde den Meister. Meister wurde Rot-Weiß Oberhausen. Die Endrunde um die Meisterschaft in der britischen Besatzungszone wurde mit acht Teilnehmern im K.O.-System ausgetragen. Direkt für die Endrunde qualifiziert waren die drei westdeutschen Landesmeister sowie der Landesmeister und der Wiesemeister Niedersachsens. Die drei weiteren Startplätze wurden in zwei Qualifikationsrunden ausgespielt. Einer dieser weiteren Startplätze wurde unter den drei westdeutschen Wiesemeistern ausgespielt. Zwei dieser weiteren Startplätze wurden unter den Meistern und Wiesemeistern Hamburgs und Schleswig-Holsteins ausgespielt. Meister der britischen Besatzungszone wurde der Wiesemeister der Stadtliga Hamburg der Hamburger SV. Die Mannschaft konnte im Finale in Düsseldorf den Westfalenmeister Borussia Dortmund mit 1 zu 0 besiegen. Die Qualifikationsrunde der westdeutschen Wiesemeister wurde in einer einfachen Runde nach dem Modus jeder gegen jeden ausgetragen. Der westfälische Vertreter FC Schalke 04 konnte dabei seine beiden Partien für sich entscheiden und stand damit vor der abschließenden Partie bereits als Teilnehmer an der Endrunde fest. In der Qualifikationsrunde der Meister und Vizemeister von Hamburg und Schleswig-Holstein verzichtete der FC St. Pauli auf die Teilnahme, da man als Hamburger Landesmeister die direkte Teilnahme an der Endrunde forderte. Neben dem Hamburger SV kam somit Holstein-Kiel-Kampffluss weiter. Viertelfinale Wiederholungsspiel Halbfinale Spiel Um Platz 3 Finale für den HSV gewann dieses Spiel eine Mannschaft mit dem Durchschnittsalter von 31 Jahren und zwei Monaten. Warning, R. Dörfel, Holt, Werner, Reinhard, Seeler, F. Dörfel, Boller, Jessen, Spund, Flasche, Ebeling. Das Tor erzielte Boller. 1947-48 In der britischen Besatzungszone wurden die Oberliegen West und Nord als höchste Spielklasse flächendeckend eingeführt. Unterhalb der beiden Oberliegen wurden zonenweit Landesliegen als zweite Spielklassenebene installiert. Bezirksmeisterschaften wurden hingegen nicht mehr ausgespielt, an ihre Stelle traten die Landesmeisterschaften, die unter den jeweiligen Siegern der Landesliegen ausgespielt wurden und regelmäßig zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga berechtigten. Die 1947-48. letztmals gespielte Endrunde um die britische Zonemeisterschaft wurde mit acht Teilnehmern im K.O.-System ausgetragen. Für die Endrunde qualifiziert waren die jeweils besten vier Mannschaften der beiden Oberliga Nord und West. Meister der britischen Besatzungszone wurde erneut der Vorjahressieger Hamburger SV. Die Mannschaft konnte sich im Finale mit 6 zu 1 gegen den FC St. Pauli durchsetzen. Beide Finalteilnehmer qualifizierten sich zudem als Vertreter der britischen Besatzungszone für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Die beiden Teilnehmer am Spiel um Platz drei hatten sich auf Hinn- und Rückspiel geeinigt, was jedoch vom Verband nicht akzeptiert wurde. Offiziell gibt es daher keinen drittplatzierten.